Wann hatten Hochzeit auf Ersten und Frau Sex? Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Peter packt in Time-Details aus. Im Rahmen der außergewöhnlichen Kuppelsendung hat der Polizeibeamte seine Frau Jacqueline kennengelernt, und direkt geheiratet. Bisher scheint es für die frisch gebackenen Eheleute bestens zu laufen. Aber gilt das auch für das Schlafzimmer? Ja, jetzt plauderte Peter aus, wie viel Zeit er und Jacqueline sich mit dem ersten Sex gelassen haben. In der Hochzeitsnacht sind wir uns schon näher gekommen, begann der Polizist zu erzählen. Wir haben gekuschelt, haben ein bisschen Ruhm gemacht und haben es aber nicht zu diesem Punkt kommen lassen. Wir waren kurz davor, haben aber beide erkannt, dass wir das nicht wollten. Weiter verriet Peter, dementsprechend hatten wir auch am nächsten Tag darüber gesprochen und da habe ich dann auch gesagt, nimm's mir nicht übel. Aber ich möchte Geschlechtsverkehr erst nach dem dritten Date haben. Genauso haben sie es am Ende dann auch gemacht. Zur Erinnerung, ihr drittes Date fiel für die beiden schon in die Flitterwochen, für Peter und Jacqueline ging es nach Portugal. Nach einem schönen Restaurantbesuch sollen sie dann das erste Mal miteinander geschlafen haben.